Wir haben ahnungslosen Metallica-Fans erzählt, dass wir Freiwillige für eine Fotokollage suchen, mit der wir online für den Metallica-Auftritt bei Halligalli werben wollen. Was keiner der Beteiligten weiß, James Hetfield und Co. haben gerade einen Fotobombing-Kurs besucht und warten hinter der Kulisse darauf, ihre neu erlernten Fähigkeiten direkt live auszuprobieren. Sehr gut, keine Bewegung, ganz ruhig bleiben, Achtung, bleibt zusammen, ein bisschen krasser gucken, guckt ein bisschen krasser, ja ein bisschen aggressiver, metalmäßiger, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Schaut mal hier. Das ist ein alter Witz, aber er funktioniert. See you later. See you later. See you later. Bye bye. And it looked like a real Photoshop picture. I know, they were looking at it going, wow. And then someone moved to light it, huh? Well, this is technical, this is some new stuff from Apple, how do they do that? Also, ihr kniet euch hier hin, ich mache ein Foto von euch. Eine coole Pose machen. Okay. Wait, no, no, my hair's a little off right there. My eyes are closed. Ha, 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 ha! So, das war jetzt gerade Metallica, die ihre Fans überrascht haben und einige von denen, äh, ein verrücktes, ein verrücktes Huhn, der James Hetfield. Also, tschüss! Wenn ihr noch mehr Videos von Circus Halligalli sehen wollt, abonniert unseren Kanal. Für mehr Videos klickt einfach hier oder hier. Oder hier. Sabine, wir machen hier gerade was fürs Internet. Hau mal ab, bitte. Sabine. Hau ab, bitte. Bleib ganz ruhig stehen, Sabine. Dann fällt's nicht auf. Ganz ruhig, Sabine. Beweg dich nicht. Hör mal, hast du was an den Ohren? Hör mal. Hör mal. Hör mal. Hör mal.